Hallo, Herr Schmied. Hallo, edler Herr. Was kann ich für Sie tun? Ich habe bei Ihnen einen Schwertenauftrag gegeben. Hier ist es, edler Herr. Sehr schön. Wie teuer ist es? 126 Gramm Silber. Super. Genauso viel habe ich dabei. Gib mir dein Silber. Ich habe kein Silber mehr. Ich habe mir das Schwert gekauft. Dann gib mir dein Schwert. Niemals. Stirb.